Musik Brownsville R, die Katalog Nummer 20, ist geboren im April 2017, hat ein Stockmaß von 1,71 Meter und stammt ab vom Ben Benicio aus der Verbandsprämie-Stute Hanna R vom His Highness Diamantino und Pilatus. Dieser Brownsville R ist ein Schickern-Nachkomme des in Dressurprüfungen der Klasse S siegreichen Ben Benicio. Drei elastische Grundgangarten und eine hervorzuhebende Rittigkeit prägen die Auftritte dieses Nachwuchs-Dressurstars. Aus der dritten Generation dieses Westfalen-Wallachs kommt der gekürte Donzini vom DIN A L und auch Giorgio, das internationale Springpferd von Lutz Krebshöfer. Des Weiteren aus diesem Mutterstamm eine unglaublich hohe Zahl an erfolgreichen Dressur- und Springpferden bis zur schweren Klasse. Brownsville R ist bereits in Reitpferdeprüfungen platziert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017